Yo, ich bin dein Profi Profi Ich Profi nur mit W, so wie Brodie Wies und Julian dürfen nicht lachen, ich mach mit, ich werde nicht lachen Und deswegen, let's go Wie ein Messer Oh, den Typ mit dem Salz, da habe ich letztens das Video gesehen Von, ähm, äh, nee, die Vlogs, wo, ähm, Miki, Trimax, Revi und so sind ja im Urlaub im Mykonos Und die waren genau bei dem Restaurant, wo der Typ auch da ist Salt Bae, der immer das Salz so draufstreut, so Ja, wollte ich mal anmerken, nicht cool Und schmal der Frauenqual, kurz und dick der Frauenglück Ey, jetzt nicht lachen Kurz und dick der Frauenglück Kurz und dick Ich glaube, wenn er dick ist, dann ist das auch ordentlich anstrengend Aber wir reacten erst mal auf ein Video mit lustigen Sachen Achso, der sitzt hier mal dahinter Weiß ich nicht Doch, klar, der hat doch gerade gerufen Yo, was? Junge, Alter Junge Oh mein Gott Oh mein Gott Stell dir mal vor, du hockst da auf dem Klo Und dann kommt er aus dem Hund da oben reingesprungen Du bist so ordentlich am scheißen Kommt der Hund da oben auf dich draufgesprungen Oh mein Gott Ach du heiliger Die ist ein auch ein Jungsding Achso, das passt genau ins Ohr rein Ey, okay, ab jetzt nicht lachen Ab jetzt nicht lachen Okay, so ein bisschen lachen So ein bisschen lachen Das ist dann fair Weil wir jetzt erst anfangen Ab jetzt nicht lachen Genau ab jetzt Okay Das habe ich ja so 80 mal gesehen schon Ja, das ist auch nicht lustig Wann ich auch schon Wisse so jemand Ich habe das Video auch schon gesehen Ich habe mich gelacht Okay, ich konnte mich beherrschen Feiny genau Es ist halt schon sehr gutes Timing Es ist halt schon, dass der Hund das auch so mitmacht Ist schon sehr gut Finde ich nicht lustig Ne, ich finde es auch nicht lustig Ich fand es sehr lustig Derjenige, der dich rausgesucht hat Gesagt hat, das ist funny Ja Gehört gefeuert Ja Wer war das? Jakob Jakob Ja Das gibt ein Verwarnung einmal Verweis So ich ging zum Walmart Ich fand das auf meinem Auto Sorry for the damage on your car Can't afford to fix it But here is chocolate instead Like this Perfekt Nice Perfekt Amerika halt Amerika Bei meinem Vater Bei meiner Mutter war es auch schon mal so Das ist ein Auto hier hinten drauf gefahren Und der hat auch keine Besicherung gehabt Die sind auf den Kosten sitzen geblieben Weil das zu klagen Ist kostenmäßig höher als Ja Weil die haben auch keine Besicherungspflicht dort Es ist halt Es ist halt kacke Und hier ist die damage on my car Jo Sehr angemessen Ich finde das angemessen Ich finde es auch nicht lustig Also ich finde an der Stelle Sehe ich auch nicht warum das lustig sein sollte Weil das ist ja angemessen Ja Jakob Also ich finde es jetzt nicht lustig Ich finde es eher krass Dass er sich Schokolades hingestellt hat Und gesagt Ja ich kann es mir nicht leisten Hier hast du Hast du Ja hier hast du Schokolade So Der Schaden kann nicht zahlen Genau wie diese Pranks Wo Leute die Haare gewaschen kriegen Und dann Das war kein Lachen Und dann Das Wasser In die Augen so Direkt drauf sprühen Ja das ist Das ist gestaged Das ist gestaged Dieser Sound Dieser Sound Diesen Sound Den gibt es auf TikTok schon Den wird über schon benutzten reingesetzt Das ist nicht von denen Die haben das gestaged Der Sound ist nicht von denen Jakob das wäre lustig gewesen Das ist doch nicht lustig Das ist nicht lustig Ne Ach vielleicht dürfen wir uns nicht erschrecken Darum geht es Nicht erschrecken In allererster Linie geht es hier ums Abonnieren Der Rest ist erstmal zweitrangig Also erstmal Abo Any last words? None Das kenne ich schon Zack Kenne ich schon Was? Wenn jetzt nur TikToks vorkommen Kenne ich gefühlt alle Das war kein Lachen Das war ein Lachen Luft Ich habe ein Fliege im Hals bekommen Musste die raushusten Was? Any last words? Das kenne ich schon None What the fuck Vor allen Dingen Um so viele Achsen Ist der Ist der Geflogen Das ist ja safe Ein Double Varial Flip hier Guck mal Der ist einmal um die Achse geflogen Und dann nochmal um die Achse geflogen Ja Alter Pam Digga Wie ein Messer Aber das war ja auch nicht lustig Oder ist die Challenge Dass man nicht Oder stell dir vor Oten drunter ist ein Typ Da geht es einfach in den Kopf Einfach Kopf gespalten Wenn ich sagen darf Dass es nicht lustig ist Dann haben wir verloren Schon Scheiße man Bruder Boah Wie lange Stell dir mal vor Das ist dein Finger Krass Du sagst so Fickt euch Und der Mittelweg Ist so lang Ja und jeder lacht dich nur aus Das heißt du fickt euch Und jeder fängt an zu lachen Das ist nicht so Ja Ist nicht so Ja aber Der kann auch gut fingern Ich bin so viel Kennst du nicht das Sprichwort Wer lange fingert Fingert gerne Nein Lang und schmal Der Frauenqual Kurz und dick Der Frauenglück Ja Guck mal Der hat lang und schmalen Finger Das ist ja Der Frauenqual Das stimmt ja Das muss ich bei Anna bringen Ich kenne diese Videos Wo Leute so So einen Stift Oder sowas fallen lassen Warte ich nehme hier so einen Stift Dann lassen die den fallen Und sagen Man kann am besten Fuß unterdrücken Indem man einen Stift Was fallen lässt Und dann währenddessen Furzen lassen Stift zu fallen Und dann 5 Sekunden später Furzen die erst Das ist so dumm Das ist wirklich so dumm Oh Mann Billy Bläh jokes Bläh jokes Das ist so lustig Weil am Anfang War es noch so zeitgleich Und dann ist Ey Ich finde Worum es nicht lustig Furzen Genau Rülpsen und Furzen Nicht lustig Aber Das war jetzt hier Dieser Humor Mit dem Rülpsen Überdecken wollen Das ist die Kombination Das hat nichts damit zu tun Okay Wenn man nur Rülpsen und Furzen Sinnlos einbaut Finde ich es Nicht gut Nicht lustig Immer schlechter geworden Immer schlechter geworden Immer schlechter geworden Sparta Das ist ein Karton Das ist ein Karton nur Weißt was das lustigste an dem Clip ist Die Lache von der Frau Die so Wegen dem Karton Wegen Karton Wegen Corona wahrscheinlich Ah ja Klingt als würdest du so'n Kaffee aufschäumen Achte Was ist das? Als würdest du so Sahne so raus Ja genau Das ist so'n Sprühsahne-Sound Hey jetzt nicht lachen Nicht lachen ab jetzt Der Pott Warum Was soll denn der Scheiß Warum Das ist ein Roboter Perverse Angelegenheit hier Das Diplolo gefährt 2000 Ey jetzt nicht lachen Ey wir müssen auch mal nicht lachen Was ist passiert? Ich hab mich aufgepasst Was? Ey jetzt nicht lachen Ey wir müssen auch mal nicht lachen In der Leere einfach Ich hab gar nichts gemacht Wie dumm er sich auch angestellt hat Statt uns erstmal in Ruhe so abzumachen irgendwo Oh man ey Was ist deine Mission? Zwei Gläser gleichzeitig befüllt? Warum? Ach nein Ach nein So ein langes Detail Doch verkackt Ach nein Was ist bei dir kaputt? Hä? Kann man dir helfen? Warum macht die die? Die sah aus wie Aber nicht lachen Wie hieß So wie steht Wenn er mich so von Wie Jazz sieht der aus Ne nicht wie Jazz Wie heißt der noch mal der Bösewicht? Die Katze da Hä? Dieser Zerstörer aller Universen Bei Dragon Ball Mew Bei Dragon Ball Leute Beerus ja Beerus 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 Magst du? So Mit dem Gesicht ja Ja Hast du Kombi oder? Das war so nicht gedacht Das hat dir alles vorgestellt Das war für ihn nicht so geil Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Das ist gar nicht toll Das ist auf der Green Alter ey Okay Du lachst die ganze Zeit Hey gar nicht Ich hab nicht gelacht Ich hab nicht gelacht Leute Ich wünsche euch Einen wunderschönen Abend Okay das war's Jo War ein paar Dinger dabei Ein paar kannte ich schon Ein paar waren lustig Ich hab aber nicht gelacht Weil lachen ist ja verboten gewesen Challenge Deswegen hab ich aber nicht gelacht Ja Habt ihr gelacht? Ihr habt bestimmt alle gelacht Ich hab nicht gelacht Ich hab kein einziges Mal gelacht Jo Ich bin dein Profi Ich profil nur mit B So wie Brody Ich bin dein Profi Bis zum nächsten Mal.